Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo bei uns auf dem Kanal. Und wisst ihr, was das Geniale an diesem Infovideo ist? Ich bin mega froh darüber, euch drei neue Projekte ankündigen zu können. Ja, ich habe Semesterferien und irgendwie nichts zu tun. Deshalb versorge ich euch mit mehr Videos. Und als erstes mal ganz kurz, was haben wir aktuell so für Projekte, beziehungsweise welche Projekte habe ich aktuell? Weil Europa Universal S4 mit den Niederlanden, das man hier ja sieht, und unseren Retrofit Hot Seed, da kommt auch bald wieder ein Video. Das war ein bisschen ungeschickt, da ich ja noch Klausuren geschrieben habe. Dann hat mir das einfach nicht so richtig reingepasst, das auch noch aufzunehmen, Retrofit. Aber das kommt jetzt dann auch bald. So, aber jetzt machen wir erst mal, fangen wir an mit dem neuen Projekt. Und hier ist es so, es wird in der Beschreibung ein Video geben. Und es sind drei Fragen und wir werden jetzt die Fragen nacheinander abarbeiten. Als erstes geht es um ein ganz, ganz normales Let's Play Projekt. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, die stelle ich euch mal ganz kurz vor. Civilization VI, Rise and Fall, Stellaris mit dem neuen DRC natürlich auch, Apocalypse oder wie der heißt, glaube ich. Dann Third Age, Divide and Conqueror, also Herr der Ringe, Westeros Total War, Game of Thrones, Anno 1404, Expeditions Vikings, das ist ein Rollenspiel bei den Wikingern, finde ich auch mal ganz interessant. Und Oriental Empires, das ist so ein bisschen in die Richtung von Civ gehend und spielt im alten China. Ja, so, da sind einige Spiele dabei, die waren bei der letzten Auswahl, wo ja Europa dem was alles gewonnen hat, relativ auch noch, also oben dabei, ein paar andere habe ich jetzt einfach noch so wieder mit reingenommen und so weiter. Ihr habt hier zwei Stimmen, nee, drei Stimmen müsst ihr, glaube ich, abgeben. Moment. Nee, ihr habt drei Stimmen und ihr müsst auch drei Stimmen abgeben, sodass wir, wenn möglich, ein breites Feld haben. Vielleicht kurz noch ein Wort zu Europa Universalis, zu dem nächsten Multiplayer-Projekt. Das ist momentan erst mal noch nicht geplant. Ich habe ja überlegt, ob es so schlimm wäre, wenn EU4 so läuft und nebenher noch das Multiplayer-Projekt. Eigentlich ist es auch nicht so schlimm, aber ich habe mich jetzt doch erst mal dazu entschieden, erst mal nur eben das normale Singleplayer-Projekt zu machen. So, was bedeutet es hier mit Community-Beteiligung und Rollenspielelementen? Ich werde in keinem der Spiele, bis auf Freelage und Westeros, was da ein bisschen schwierig ist, werde ich komplett auf den Sieg spielen. Sondern wir werden uns in Civ VI, in Stellaris und in Expeditions Vikings, in unsere Nation, beziehungsweise in unseren Charakter, reindenken, wie sich die entwickeln. Natürlich, bei Stellaris hat man gewisse Vorgaben, schon von Anfang an. Bei Expeditions Vikings kann ich mir einen Gedanken machen, wie ich den Charakter spielen möchte. Bei Civilization VI wird sich das dann im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickeln, zusammen mit der Community-Beteiligung. Manchmal steht hier möglicherweise Community-Beteiligung. Da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz überzeugt davon, wie ich die Community-Beteiligung am besten machen kann. Während zum Beispiel bei Civ VI das eigentlich ziemlich gut feststeht, wie ich das da machen werde, dass da alle Parts meiner Umfrage kommt. So wie ihr es bei meinem Byzanz-Let's Play gesehen habt, wo ihr dann einfach über bestimmte Themen abstimmen könnt und selber auch noch Vorschläge einbringen könnt. Und da wird natürlich auch eure Mitarbeit ganz, ganz wichtig in den Kommentaren. Genau, und wie gesagt, bei Anno, bei Oriented Empires und bei Stellaris bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das mit der Community-Beteiligung da mache. Bei Civilization VI bin ich mir noch ziemlich sicher, wie ich das mache. Also hier mal der Hinweis darauf. Genau, dann würde ich gerne, das habe ich jetzt gestern mit dem Baumlord und dem Nico, die man auch aus diesen Europa-Universales-4-Multiplayer-Projekt-Videos kennt und ich glaube auch noch aus ein paar anderen Videos und mit dem Bayman geredet. Und zwar wollen wir mal wieder gerne eine Runde Total War Arena spielen. Das ist ja jetzt irgendwie in der Open-Beta oder keine Ahnung, irgend sowas. Und irgendwie wurden wieder alle Fortschritte zurückgesetzt, was ich ein bisschen beschissen finde. Aber naja, was ist Total War Arena für die Leute, die es nicht kennen? Dabei handelt es sich um ein Free-to-Play-Total-War-Spiel in Kooperation mit Wargaming, die auch dieses World of Tanks machen und so weiter. Und da geht es darum, dass jeder Spieler hat einen so einen General, einen historischen Anführer und kann bestimmte Einheiten haben und kann mit seinem General und mit den Einheiten eben leveln. Also von den Bauern in Anführungszeichen bis zur Elite, von Rang 1 bis Rang 10 sozusagen. Es gibt verschiedene Fraktionen. Es gibt die Griechen, es gibt die Römer, es gibt die Barbaren und es gibt seit neuestem auch die Karthager. Und alle haben so ihre individuellen, erstmal die Anführer und natürlich ihre individuellen Einheiten und auch Vor- und Nachteile. Und wir wollen eben das so ein bisschen als Multiplayer-Projekt machen. Und ich werde dann mit den anderen dreien, also wir werden dann zu viert Total War Arena spielen, uns einfach auf einen Charakter oder sowas einigen, beziehungsweise jeder soll sich einen raussuchen. Und dann werden wir versuchen, uns immer zu verbessern und natürlich euch auch teilhaben zu lassen. Wir werden mit Sicherheit nicht jedes Gefecht hochladen, das wir so spielen, aber so ab und zu mal eins, das wir dann gespielt haben, ganz sicher, so dass ihr natürlich auch einen Fortschritt seht. Also ich werde jetzt nicht off-screen so lange spielen, bis ich dann plötzlich irgendwie Tier 8 bin, also Rang 8 bin und die Rang 8 Einheiten habe. Und dazwischen seht ihr gar nichts, sondern wir wollen das wirklich so kontinuierlich aufbauen und dann halt auch gut zusammenarbeiten. Das heißt, irgendjemand wird vielleicht auf Kaff gehen, einer auf Schwertinfanterie, einer auf Sperrträger, einer auf Fernkämpfer, wie auch immer. Und das schauen wir mal, wie das klappt. Genau, und da gibt es auch eine Frage hier, eine Umfrage zu, wie findet ihr das Ganze hier, Auswahl, sehr gut, gut, geht so, eher schlecht, schlecht oder mir egal. Würde mich mal interessieren. Und die letzte Sache, die kennen auch noch einige von euch. Wir wollten es immer mal wieder machen. Und zwar haben der gute Bayman, der ja auch hier bei Total War Arena mitmacht, und ich haben mal ein Projekt angefangen, das hieß Im Wandel des Krieges. Um was geht es bei Im Wandel des Krieges? Kurz, kurze Erklärung, wir werden irgendein Spiel spielen. Ich habe jetzt hier mal drei zur Auswahl gestellt, die wir uns vorstellen können. Falls noch irgendwas anderes dazukommen sollte, wo wir total überzeugt von sind, dann werden wir das vielleicht machen, auch egal, was ihr hier abgestimmt habt oder so. Oder ich werde nochmal explizit deswegen nachfragen. Aber grundsätzlich sind das mal unsere drei Hauptverdächtigen, bei denen wir dieses Projekt angehen könnten. Und zwar, hier geht es darum, ihr habt, oder wir, das ist ein 1 gegen 1 Projekt, man kann es theoretisch auch mit 2 gegen 2 machen. Wir haben das damals immer 1 gegen 1 gemacht. Und jeder Spieler, das hieß Bayman und ich, Bayman war Gondor, ich war die Hochelben hier in Third Age, man sucht sich eben eine Fraktion aus, und dann hat man ja Einheiten, und die muss man leveln. Also nach jedem Gefecht bekommt man praktisch einen Punkt, den man vergeben kann. Und dann kann ich entweder sagen, ich level meine Infanterie weiter, oder meine Fernkämpfer, oder meine Bogenschützen, oder meine Belagungsgeräte, wie auch immer. Und nach jedem Gefecht gibt es mehr Gelder. Also es gibt einen festen Satz, den jeder kriegt. Und dann gibt es noch einen anderen, einen zweiten Geldsatz, der praktisch zufällig in einem bestimmten Bereich nochmal gewürfelt wird und dann auch noch oben drauf kommt, nur für den Gewinner. Denn das erste Gefecht findet immer auf einem neutralen Boden statt, so wie es hier auch im Titel steht. Meistens auf irgendeiner Map, die relativ flach ist und relativ ausgeglichen ist. Und der Gewinner in dieser Map, der geht dann hin und ist dann der Angreifer in einer Holzburg. Also in einer relativ schwachen Burg, aber schon so, dass man es gut verteidigen kann. Falls der Angreifer da wieder gewinnen sollte, dann kämpft er gegen die große Fechtung seines Gegners. In unserem Fall war das damals Minas Tirith von Gondor. Genau, und bei mir als Hochelfen weiß ich gar nicht mehr, was ich da ausgewählt hatte. Genau, und da spielt man dann eben und sobald dann eben in dieser großen Fechtung auch der eine der Angreifer gewonnen hat, dann ist das Spiel zu Ende praktisch. Dann hat einer gewonnen. Falls irgendwo dazwischen mal der andere gewinnt, also zum Beispiel wenn ich jetzt die Holzburg angreife, der andere gewinnt, dann sind wir wieder auf dem neutralen Boden. Oder ich greife die große Fechtung an, der Verteidiger gewinnt, dann sind wir wieder in der Holzburg und so weiter und so fort. Genau, und hier wie gesagt drei Möglichkeiten, nämlich für H, mit Divide and Conquer, Westeros und Stainless Steel, also diese normale Medivide 2 Total War Mod mit mehr Fraktionen, mehr Einheiten und so weiter, sind hier die Möglichkeiten. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Thema und zwar einem neuen Hot Seed. Ihr wisst ja das, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, mit dem Retrofit Hot Seed, mit dieser Mod, die einfach nur das normale Medivide 2 Total War Hot Seed fähig macht. Und wir wollen jetzt noch ein neues Projekt anfangen und zwar in Stainless Steel, einen neuen Hot Seed und haben hier dafür auch in der Strategie Zone ein SAP-Forum bekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und hier geht es darum, bei unserem Retrofit Hot Seed, das war ja relativ wenig Regeln so an sich, also konnte viel erobern, ohne irgendwie in Frieden schließen zu müssen und so. Und das ist jetzt hier nicht mehr so. Das heißt, wir haben hier jetzt wie in Europa ein universales Kriegstände, das heißt, wenn man Schlachten gewinnt, wenn man Provinzen erobert, dann bekommt man Kriegstand und dann kann man eben nur so viele Provinzen erobern, wie der Kriegstand eben reicht. Dann ist es so, dass man zum Beispiel Kriegsgründe bekommen, die kann man entweder fingieren oder eben durch bestimmte andere Sachen, wie zum Beispiel exkommunizierte Herrscher oder heiliger Krieg oder Rivale oder sonst was. Rivalen muss man auch bestimmen, so wie man es in Europa universales kennt. Es gibt Einschränkungen an Bündnissen und Handelsrechten, die man maximal hat. Und es gibt noch das System der politischen Macht, das dann eben, man bekommt für verschiedene Aktionen politische Macht. Es gibt zum Beispiel ein paar Städte, wenn man die hält, bekommt man jede Runde eine politische Macht. Wenn man einen Vassal hat, bekommt man eine politische Macht und so weiter und so fort. Und die kann man dann entweder sich ansparen, um bestimmte Stufen zu erreichen, in denen man dann zum Beispiel noch mehr Handelsabkommen schließen darf oder mehr Bündnisse oder was auch immer. Und man kann es aber auch ausgeben. Dann ist halt weg die politische Macht, die man angespart hat und unter Umständen auch der Rang, den man erreicht hat, also zum Beispiel, dass ich ein weiteres Handelsabkommen schließen kann, ist dann unter Umständen auch wieder weg und dann müsste ich auch das Handelsabkommen wieder beenden. Und da sind dann zum Beispiel so Sachen dabei, wie ein Eroberungskriegsgrund fingieren oder ähnliches. Genau. Falls ihr da Lust habt mitzumachen, ich weiß, das Infovideo geht jetzt ein bisschen länger, aber es waren ja auch viele, viele Infos, dann könnt ihr euch hier in der Strategie-Zone anmelden und ich werde den Link in die Kommentare schreiben, könnt ihr euch hier anmelden. Was müsst ihr da beachten? Ihr solltet euch unbedingt mal dieses Regelwerk hier durchlesen. Das wird dann noch aktualisiert. Ihr braucht den Mod und so weiter und so fort. Aber das kommt dann auch noch, weil ein paar Mods müssen wir noch ein bisschen bearbeiten, damit es auch ordentlich funktioniert. Und dann könnt ihr euch hier anmelden und schreibt fünf Fraktionen rein, die ihr ausschließen wollt. Das steht auch alles nochmal in diesem ersten Post von mir. Und da könnt ihr dann eben, wie gesagt, fünf Fraktionen ausschließen, die ihr zum Beispiel nicht spielen wollt. So, also damit sind wir am Ende von diesem Video. Ich werde, wie gesagt, in die Beschreibung die Umfrage verlinken. Ich werde diese Anmeldung verlinken und ich werde auch mal die Playlist zu Im Wander des Krieges und Pfad zum Ruhm verlinken. Wobei, ganz ehrlich, also hier dieses Pfad zum Ruhm, das ist halt schon, das ist schon 2015 war das. Das war eine Zeit lang auf Steam, Total War Arena. Dann war es irgendwann weg. Dann kam es bei Wargame und so weiter. Also schon eine alte Version von dem ganzen Spiel. Nur so am Rande. Aber ihr könnt es ja euch mal anschauen, damit ihr wisst, um was es gehen soll. So, also dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und stimmt fleißig ab. Wäre super von euch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.